wir werden da drüber ziehen wir sind auch in der raufbrücke ja 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 Scheiße! Du siehst ja nix. Der Tisch ist sogar umgeflogen. Ich komme mal dahin. Warte mal. Boah, was für ein Tornado. So ungefähr. Ich komme mal. Ich gucke, wie das knallt hier. Du siehst hier im Kinderzimmer auch nichts. Das ist Hagel. Und was für dicke Dinger. Und was für dicke Dinger, Anja. Guck mal raus. Das knallt. Boah, das knallt, ey. Wie? Alter. Komm mal los. Schauen wir mal an. Boah, wir lassen das gar nicht aufgucken. Boah, Alter. Guck dir die Görner an. Guck mal, das knallt. Man muss schon fach Eiergröße machen. Alter Schwede, ey. Guck mal, das passt aber still. Guck mal, das geht gar nicht so schnell. Aber wir werden jetzt auch wieder raus.